Wildner Fried uns wohl ergätzt, Böser Krieg und sehr verletzt. Ach, waren Sie auch mit dem Bus? Entschuldigung, mir kommen immer wieder diese Pätsen aus dem Aktuellen. Es ist der Friedenssieg der Herzogin Sophie Elisabeth von Braunschweig-Lüneburg. Kennen Sie gar nicht? Oder gucken Sie unbedingt mal in dem Link in der Videobeschreibung vorbei. Da kommen Sie zu unserer Startnext-Seite, startnext.de slash Friedenssieg. Das ist unser Crowdfunding, weil wir möchten gern diese Musik aus dem 17. Jahrhundert aufführen in Bremen-Habenhausen und auch aufzeichnen und so für die Nachwelt erlebbar machen und quasi bewahren. Es wäre ganz toll, wenn Sie uns da vielleicht unterstützen könnten. Danke. Amen. Untertitelung des ZDF, 2020